welk habt ihr ein experte Versuchen wir mal auf der sicheren Seite zu sein. Er spielt bestimmt Springer C3, um aus dem russischen rauszukommen. C3? Na gut. Dann müssen wir aus dem russischen raus. Normalerweise spielen sie auch ganz. Man muss mal öffnen, um ein bisschen Druck zu machen. Dann muss ich ja zurückschlagen. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja, wohl logisch irgendwo. Hm. Die Frage ist, ich bereite mal die Ruhade vor. Ich mach da auch. Ich muss mal sagen, ich rufe hier jetzt einfach mal. Ich mach da auch. Okay. Dann entwickle ich meine Figur. Der Experte ist, glaube ich, über 2000. 2.200. Der Revie wäre schön. Ja, nee, nee, nee. Da können wir es machen. Hauen wir den einfach mal weg. Dann entwickle ich das auch schön, das war klar. So, mal stabilisieren. Die Bauernkette. So, das hat eigentlich keiner was. Das muss ich jetzt mal behaupten. Der Läufer ist von meinem Spieger gedeckt. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kann auch was. Ja, ich weiß nicht. da man die firma auf die linie kommt wäre die schlicht vorrück ich auch vor Ok, jetzt zieht er sich einfach zurück, ok. Ja, jetzt ist er mal aus der Schlusslinie. Ok. Ja, jetzt habe ich den Läufer nach F6. Ja, er kann das natürlich auch. Er hat die Verteidigung, aber auch noch Mittelbauern verteidigt. 3,2,3, der ist dreimal gestreckt. Ja, das war klar. Ja, ich glaube, er weiß auch noch nicht, wo er mich packen kann. Doch, er will unbedingt anfallen. Ja, das ist eine tolle Idee. Das ist ein bisschen zu wollen. Das ist jetzt ein Bauer. Er könnte da reinspringen. Aber dann Angriff auf die Dame, oder? Ja. 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 Ja, gut. Da kann er wieder zurück. Ja. Da kann er wieder zurück. Dann haue ich ihn nicht weg, oder? Es ist ein Bauerier. Aber, da ne nochmal weg. Eine Dame ist nie weg. Es ist eine Idee, die Nummer anzugreifen. Kann er denn hin? Kann er hin? Kann er hin? Kann er hin? Kann er hüсь? Kann er dýgn? Heu, ekki. Kann er hüсь? wie nicht wirklich ja natürlich ist auch spiel das kann ich da einfach ich bin dran eigentlich nicht weg den läufer noch beschützt eigentlich nicht die damen weg gibt auch okay gut danke schön er hat immer früher aufgegeben dankeschön